einen wunderschönen guten tag hier aus münchen und es ist heute eine besondere folge deswegen habe ich zwei kamera perspektiven und ein leiharbeiter nämlich das kamerakind felix vom stör sender dankeschön wieso zwei perspektiven ich rüste auf und es ist eine ganz besondere folge das liegt daran es ist meine 150 folge herzlichen glückwunsch tatsächlich ratulation wenn ich das geahnt hätte ja und natürlich ist auch eine besondere folge mit meinen heutigen gästen den anstaltsbesetzern max uthoff und klaus von wagen hallo wir haben uns vor der ganzen nummer hier schon mal unterhalten ein interview gemacht jetzt habt ihr vier folgen abgedreht geht den sommerurlaub medien haben euch hochgehypt medien haben euch boykottiert es gibt petitionen gegen euch bis unterlassungsklagen und so weiter war das alles so geplant ja letztlich war genau das was wir beabsicht hatten das war die letzte stufe ist nicht ganz erreicht worden wir wollten ja letztlich noch ganz ganz hoch hinaus was soll jetzt noch kommen eigentlich also sommerpause ach so sommer ich glaube also wir haben versucht eigentlich was haben wir eigentlich versucht wir wollten nicht auf irgendeine form hinwirken dass das genau das passiert wir wollen nachzudenken auch seltsam ja sehr seltsam oder das schaffen wir mit der nächsten sendung ja wir wollen das worten ist das entwickelt sich aber ich glaube wir wir sitzen zu dritt in einem raum auch mit dietrich kraus und fangen an zu schreiben was uns empört und auch mal was uns lustig erscheint ja ab und zu ab und zu machen wir auch mal ein wir schreiben gag dahinter ganz kurz vor der sendung ja und dann passiert sowas das kann man nicht vorher schreiben oder nicht das auch nicht auch nicht wollen eigentlich also man man will nur diese diese empörung mal darstellen was dann damit passiert das ist außerhalb unserer hände da macht man eine sendung und zeigt auf welche verbindung ist zwischen machteliten und spitzenjournalisten gibt und dann melden die leute sich von der zeit beim cdf also von der skala von 1 wie auch gefragt haben die nichts besseres zu tun von der skala von 1 bis 10 wie peinlich ist das für die zeit denn man muss halt wissen dass man ein thema sozusagen dass man nicht möchte dass weiter behandelt wird dadurch bei den leuten interessanter macht und dadurch wird es weiter behandelt ob das jetzt so der gipfel des geschicks ja aber auf der anderen seite könnte man sich auch positiv formulieren und sagen wenigstens hören sie mal hin also können ja mit den stiefeln so weitermachen aber es ist ja nicht so dass wir sozusagen dieses dieses gefühl nur wir drei empfunden haben sondern offensichtlich scheint da ja was zu passieren auch in den redaktionsstuben und deswegen reagiert man dann letztlich weil das droht ja der verlust der deutungshoheit meine nächste frage ist nicht von mir sondern von einem stefan aus der aus dem fanclub auf facebook von der anstalt es gibt gibt es so etwas gibt okay das dann möchten wir uns hiermit herzlich bei euch bedanken großartig und wir schauen da jetzt auch mal drauf herr uthoff das erste fanclub wo ich mitgliede die frage war das was ihr auf der bühne aufzeigt ob ihr das privat auch so von der haltung her thema her begeistert somit tragt herr von wagner wahrscheinlich schon ist das jetzt unsere antwort aber was ist ja wie genau ist das gemeint also wenn wir etwas auf der bühne dastehen ob wir das dann auch leben wenn ihr das da ob ihr das auch wirklich meint oder ob das einfach eine unterhaltung und schauspielerei ist das muss man der sache ansehen ich glaube dass man das auch ansieht also wir würden sicherlich das ist nur wir haben nur wir haben nur 45 minuten zeit und das reicht eigentlich gar nicht aus für die empörung die sich manchmal ansammelt in einem monat aber wir meinen das schon so wie wir das da sagen wir würden das niemals machen diese also anstrengung die man sollte auch anmerken ich möchte sagen das ist ganz kurz nach einer sendung am morgen danach und herr uthoff sieht aus als kämer aus italien ich dagegen man sieht die schrammen und beulen die der kampfer dem text bei uns hinterlassen hat wir würden das nicht machen können wenn wir nicht tiefsten überzeugen wären dass wir das machen müssen aus irgendeinem absurden grund den wir nicht genau kennen aber getrieben sind wir den wir auch nicht kennen wollen ja wahrscheinlich was das ziel wann werdet ihr abgesetzt das ist nicht das ziel das ist ganz erstaunlich wir haben mit dem wir haben da einen kleinen raum besetzt auch innerhalb des zdf wo die verantwortlichen doch deutlich hinter uns stehen und auch spaß an der sache haben und sich darüber freuen dass wir dinge probieren und uns mit werbe und lust auf themen stürzen ziel ist nicht die sendung abgesetzt zu bekommen ziel ist es sich weiterhin mit zu beschäftigen die an die an die an aufregen und die an die an wichtig sind und soll das letztlich wann wird eine sendung abgesetzt wenn sie wenn sie wahrscheinlich zu wenig einschaltquote hat wahrscheinlich oder ist das normale ritual ich weiß ich weiß nicht so genau manchmal das wird es noch weiter gezogen bis sie dann wirklich also ich weiß nicht genau das ist ja im moment gar nicht euer problem mit den einschaltquoten aber früher war es so dass die politische linke so das kabarett für sich entdeckt hat und jetzt merke ich es gibt ein starkes kabarett aber für mich nicht mehr fühlbar eine politische linke wie seht ihr das sehr schwierige fragen um die zeit ich bin ich glaube schon dass es noch um gott also ich finde schon dass es noch politische linke gibt es die frage ist wie die sich präsentiert wie sie wahrgenommen wird wie sie auch repräsentiert wird in den medien und das ist ja nicht so stark insofern fehlt vielleicht einfach auch durch die mangelnde vervielfältigung einer solchen haltung das bewusstsein für deren existenz meine herren auch nicht schlecht oder ja nur mal einen schluck kaffee zwischendurch aber das ist ja ganz spannend die frage was ist links eigentlich ja ja was ist links ja gute frage also im moment gibt es viele junge menschen die sagen es gibt gar keinen links und keinen rechts gibt es einen links gibt es jetzt nur viele leute die sich gegen ganz bestimmte auswüchse des systems auch empören die selbst aber nicht links sind die sagen ich möchte keine 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 form des kommunismus oder sozialismus aber das so wie es hier abläuft geht es halt auch nicht insofern ist das spektrum vielleicht erweitert worden und das ist ja auch eine zwangsläufige folge von dem was gerade passiert ich nenne ja normalerweise zum schluss immer begriff und bitte um assoziation jetzt sind wir schon am schluss mittendrin will ich das machen wir haben 2014 wie würdet ihr den begriff bündnis 90 die grünen beschreiben klaus macht du das den begriff was wir da was wir als hier schon ganz ehrlich also das zeichen des erwachsens was man irgendwann mal sagt die grünen ich finde diese bündnis 90 schon diese diese die nummerierung zeigt so dass die partei auch schon die teilung noch nicht überwunden hat oder eigentlich ist da noch eine mauer ja so ein kleiner strich so eine schräge mauer wie findet ihr die jetzt außenpolitisch oder wirtschaftspolitisch es ist ein desaster es gab keine keine partei in den letzten monaten für mich aus meiner persönlichen empfindung heraus die die eine schlimmere außenpolitik außenpolitische haltung eingenommen hat als die partei der grünen vor allem auf dem background ihrer ehemalten früher ja pazifistischen ausrichtung und und geburtsstunde das ist ja peinlich vielleicht ist interessant und weiß nicht ob was daran liegt aber die klientel die sie sich sozusagen erarbeitet haben über die jahre ob sie sich dann irgendwann diesem angepasst haben also man hat leute geschaffen eine gewisse masse von leuten zu begeistern für die ideen und jetzt ist es aber so dass hier in der großstadt wie münchen da kann man schon mal mit einem dicken auto fahren und trotzdem grün wählen und vielleicht passt man sich dem an weiß also ich das so eine rückwirkung habe nehmen wir einen schwierigeren fall wie empfindet ihr die spd das ist viel einfacher der fall ja viel einfacher das ist ganz furchtbar entsetzlich die spd ist ein opfer opfer von von ganz bestimmten strömungen von alphatieren die an die tür geklopft haben gesagt haben ich will hier rein und es haben viel zu viele mitgemacht und die guten in der partei sind systematisch abgedrängt worden oder mundtot gemacht worden und man schreiner ist auch nicht mehr da und ich fand ganz interessant damals diesen satz von von steinbrück den habe ich in irgendeinem philosophie magazin gefunden dass steinbrück dann auch sagte wie dieser dieser neoliberalismus eingang fand schwierig der begriff ganz viele definitionen nehmen wir mal wie er so landläufig verstanden wird nicht wie herr gaug ihn verstanden haben möchte und dann hat er gesagt sie waren damals unter druck der ökonomen und unter druck dessen dass sie gemerkt haben dass so mit rechtsbündnisse wahlen gewonnen haben und da haben sie gesagt das machen wir jetzt auch und der satz ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen sophistikator ausgedrückt aber nichtsdestotrotz ist er gefallen und das sagt schon sehr sehr viel aus glaube ich über das was mit der spd passiert ist ihr hört jetzt dass ihr hört jetzt öfter ihr seid anti amerikaner oder putin verstehe oder sonst was gibt es ein gegenmodell zum amerikanischen traum oder zum russischen traum gibt es eine europäische idee eigentlich europäischen traum den ihr habt glaube ich könnte ich könnte ich nicht in zwei sätzen zusammenfassen die europa ich habe tatsächlich als ich mal eine zeitlang im ausland war das vermisst das hier sein und für mich ist europa das sind alte städte und das ist eine kultur die da mitschwingt und die mich glücklich macht wenn ich sie mitbekomme aber ob das da wirklich auf eine politische philosophie rausläuft da bin ich mir nicht ganz so sicher letztlich waren es ja da sind es ja sozusagen die ausläufer der französischen revolution und auch der amerikanischen unabhängigkeit die dann so eingeströmt sind bei uns aber der amerikaner der amerikanische traum das ist doch inzwischen eine relativ farst letztlich haben sagen ja auch für eine wirkliche virtuelle auch selbst konservative wirtschafts leute dass das eine oligarchie ist in amerika das hat auch gar nichts mit anti amerikanismus zu tun ich bin mit amerikanischer kultur groß geworden ich verehre so viele amerikanische filmemacher und es gab so wie viel amerikanische musik habe ich in meinem leben gehört das ist nicht das es geht nicht um das land oder die einzelnen leute es geht um deren politische repräsentanten und die führen sich nun in den letzten jahrzehnten regelmäßig immer wieder auf die rotz am backen und wenn man das sagt dann wird man sofort mit dem etikett gelabelt haben die amerikaner und ganz ehrlich ich möchte mit dann putin auch nicht in urlaub fahren das ist nicht darum geht es nicht überhaupt dieses noch mal einmal dieses wort einfach wenn man wie man es immer wieder schaffen können leute also worte wie gut und mensch als beschimpfung oder verstehe als beschimpfung zu definieren ist großartig das ist wirklich also die höchste form von also es ist so widerwärtig jemand als verstehe zu brandmarken und jemand versucht nachzuvollziehen wo die position herkommt zu verstehen das ist doch das was wir menschen machen sollten wollen und das ist das regt mich jedes mal ich wollte es nur noch mal kurz weil dieses wort mich so wir sind aber nicht wirklich von der europäischen idee ich habe glaube ich auch gar nicht aber ich komme noch mal zurück es ist ja irgendwann sind überall die chicago boys einmarschiert und der neoliberalismus kam überall an wenn man das einfach rausschneiden würde die letzten jahrzehnte seit den 80ern vor allem wie könnte sie wie könnte man dann noch mal anschließen für eine europäische idee habt ihr da sehnsüchte nach dem ergebnis dieser europäischen kultur wir haben sehnsüchte danach dass dieses primat der ökonomie einfach irgendwann wieder mal raum gibt für politische gestaltung also das ist natürlich verschwurbelt aber dass man sagt diese austeritätspolitik was da passiert man sieht ja aber dass die leute sagen mal die darunter gelitten haben wir haben jetzt mal ein bisschen analysiert ne also griechenland links gewählt hat soweit ich jetzt das ergebnis richtig habe und so also die leute auch sagen jetzt ist schluss damit also das ist etwas dass ich habe keinen ich bin jetzt nicht der 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 utopien formulieren kann wie das auszusehen hat aber ich aber ich weiß halt die stellen die unglaublich stören und und die und da ist die austeritätspolitik für mich ein ganz ganz großer schrecklicher punkt der also da gibt es ja auch in ein buch sparen tötet und wenn man einfach chicago boys also wenn think tanks ideen formulieren in washington und die werden dann umgesetzt und in einer radikalität wo man sagt das gibt es doch gar nicht also dieses beispiel nur griechenland wenn man einfach sagt man im gesundheitssektor einfach mal eine prozentzahl sagt wo sagt das muss runter eine prozentzahl an die und dann fragt man sich natürlich also als normaler leser denkt man hat kommen die werden sich gedanken gemacht haben und dann liest man tatsächlich und nie das war jetzt willkürlich und so das sind die die auswürste die ich erst mal das das muss erst mal aufhören und dann kann man anfangen eben diesen raum wieder zu füllen mit politischen ideen ihr sagt ihr sperrt euch in einem raum ein mit einem dritten und jetzt möchte ich raum lassen für ein loblied auf diesen dritten von euch das finde ich sehr schön weil der dritte mitten im raum sitzt ja und zwar mithört die ganze mitschreibt und den kopf schüttelt wenn die sachen sagen das ist gefährlich der mann ist ein spezialist für unterlassungsklagen da muss man vorsichtig sein er färbt auf uns ab das kann man schon sagen dass er färbt auf uns ab ja das ist richtig wir sind tatsächlich so er macht uns immer mehr zu schnüffelnasen er ist ein wühler also er bringt diese unglaublich er hatte ja zwei welten also das ist ja unglaublich neulich saßen wir im biergarten und hat seine seine kabarett vergangenheit offen gelegt und die ist also er hat die ochsentour gemacht aber wirklich und er bringt das mit und dann auch noch diese journalistische schnüffelnase also dietrich kraus sieht man sehr häufig so das ist aber nicht dass er irgendwie damit auf facebook wurde spielt sondern er hat bereits die neueste abseitigste informationen mal wieder aus einer wahnsinnig entfernten website hervorgeholt und versucht sie gerade gegen und fakten zu stecken und das ist echt großartig und das färbt auf uns weil wir jetzt auch anfangen original dokumente zu lesen das ist ja wirklich das ist schon so ein weg den man geht als karotist früher hat man eine zeitung aufgeschlagen und hat die die schlagzeile auch kommentiert nun muss man anfangen zu sagen so schlagzeile wer hat das geschrieben in welcher zeitung steht das gegen checken so und dann muss man wenn man sich die und da jetzt wird es nicht mehr lustig die ukraine berichterstattung anschaut mit dem stadion jetzt einfach mal dass das das beispiel dann wird man so unglaublich es wird sehr nicht zehntausende sondern da waren dann doch nicht zehntausende ja wenn man 50 in einem sehr lustig ist im osz e bericht stand zu dem hupenden autokonvois an dem ta original zitat aus osz e bericht one car haunt also wir haben also ein autokorso mit einem auto und einer hupe so und sowas ist da kommt dann dietrich an ins zimmer und hat so und sagt das müsst ihr lesen guck mal das video an und das ist ein großartiger kaffeebecher herumstehlasser das stimmt also vor dem herrn hat er den noch er hatte früher hat er uns sehr moralisch unter druck gesetzt indem er mit seinem kaffeebecher kam wo ist der eigentlich das hat den hast du rum der ist ziemlich er hat bei uns allen beschämt weil wir hier mit diesen diesen pappbechern ja also rumlaufen und die auch alles ständig wegfeuern und er hatte einen immer wieder zu befühlenden spechers nehmen weil man merkt ist ein großartiger kerl weil diese sendung wir hocken so oft zusammen in einem raum zu dritt dass es nicht möglich wäre wenn wir nicht auch ein gewissen spaß aneinander hätten und uns sozusagen auf die nerven gehen würden schnell das ist eigentlich wenn wir zwei wochen lang nicht zusammen uns getroffen haben und dann gibt es sowas wie entzugserscheinungen ist komisch ja jetzt die sommerpause wird eine herausforderung für uns das war auch eine form einer einladung von mir an ihn ihn auch mal zu interviewen das ist es regen sehr viele über ihn auch im netz im moment ja wer ist dieser typ der da gut die marionetten tanzen lässt jetzt geht es schon los ihr habt gerade gesagt ihr verbringt sehr viel zeit miteinander hand aufs herz wart ihr öfter jetzt miteinander zusammen zeitlich oder jeweils mit euren familien in den letzten monaten nein alles gute ist dadurch dass diese anstalt hier in münchen produziert und ich hier um die ecke wohne ist es einfach bin ich nicht weg weg sondern ich bin ein bisschen innerlich weg das muss ich schon zugeben wenn man einen text ist oder so aber generell wenn du nach hause kommst und lächelt dass dieses kleine wesen dann bist du auch wieder da also insofern ist das schon schon okay aber wir haben schon die zeit abgeklappt dafür kleines wesen kind das ist immer das für das erste kleines wesen so alien allfrau kleines wesen ja gibt es nach so einer phase wo man so eine arbeitsbeziehung arbeitsehmann quasi hat gibt es dann ab einem punkt auch so möglich so dass man streitet so als bild wegen der zahnpasta ach so dann ist es so lange sind wir noch nicht verheiratet ich glaube das sind sowieso kleinigkeiten wo man am anfang ist ja typisch beparen dass sie sagen das ist ja ein liebens für die kleine eigenart ja 15 jahre später wenn du es noch einmal machst dann dreh ich dir das sony boys wunderbar dieses stück und da geht es ja um zwei alte komiker die auf der bühne zusammen stand sehr lange und da ging mir dieses immer diesen an das du hast immer immer diesen immer diesen und das soweit sind wir noch nicht sowieso unsere eigenheit ist sicher kommt sich ich hatte euch das schon mal gefragt wollt ihr sowas in der revolution anzetteln also mit köpfe rollen und auch so ein unblutiger typ oder ja also ich ganz ehrlich wir hatten so eine als die wir haben so eine revolution sendung ja gemacht also sagen wir mal kabarett ist ja schon gespielte revolution wir wollen den begriff revolution ist auch ganz schwieriger weil apple ist ja auch jedes neue produkt eine revolution insofern das wollen wir natürlich nicht aber als ich da stand und dann auf den barrikaden und eine fahne geschwungen habe und leute wirklich mit einem enthusiasm also dann zum schluss applaudiert das ist mir eigentlich eigentlich unheimlich also das ist ja warum es auch unheimlich ist in den echten revolution hat das jemand gemacht und da waren manchmal zigtausende und du schwingst du eine falle und es sind millionen die da gerade zuschauen ist dir bewusst es geht um die studie situation ich glaube in dieser situation denkst du nicht an die an die leute vor der fernsehkamera aber die situation ist trotzdem schon beängstigend das ist dann 300 leute und 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 freuen sich und sind emotional aufgeladen von dem was du gerade tust ja und dann wird einem relativ schnell klar dass es auch dass das auch gefährlich sein kann und dass das andere leute geschmack daran finden ich habe da überhaupt kein geschmack an sowas aber ich will ja auch nicht dass die in dann sofort also das wirklich ich will dieses schrecklichste bild dass die aufstehen und im gleichschritt jetzt hinter dich hinter sich stellen und sagen was sollen wir tun nein 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 das ist nicht das ist nicht das was wir wollen was wir wollen ist wir stellen dinge informationen in den raum und hoffen dass leute ihre eigenen schlussfolgerungen daraus ziehen also sich vorne hinzustellen sagen ich weiß den weg ich weiß wo es lang geht wenn ich eine ganz ganz schreckliche geschichte und ich das das möchte ich nicht wir möchten pointiert möchten was hinstellen wir möchten dass eine debatte entsteht dass leute auch sagen ich finde es nicht gut aber da ich darüber reden das finde ich gut also jetzt mit dieser mit den journalisten dass die mal einfach über dem die form von qualitätsjournalismus debattieren auch in den redaktionsstuben das finde ich spannend nicht zu sagen wir wissen genau so wie es zu sein hat nee aber die sollen sich jetzt mal unterhalten die revolution revolution wird ja auch nur dann erst erforderlich wenn die wenn die zustände sich so zuspitzen dass sozusagen selbst die breite basis nicht mehr trägt und 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 rebelliert aber in der regel ist für mich natürlich die evolutionäre form ein bisschen geschickter also sprechen reden miteinander dinge verbessern über la evolution ja ein bisschen ich halte im ende häufig sind revolutionen doch das ergebnis von revolutionen regierungsformen wo man sagt hätte man es lieber bei der alten belassen insofern ist es nicht so wahnsinnig du hast ungewohnt für dich mal sehr soft ausgedrückt ich möchte die menschen zum nachdenken anregen ja das ist also dass mein kollege macht das gerne bei mir ist es so ich will sie unterhalten platt auf die zwölf ich möchte dass sie vor begeisterung aus den sesseln rutschen und revolution ist auch so ein seltsamer begriff weil es genau wie freiheit jeder interpretiert das anders wird auch so abgenutzt von der werbung und von uns übrigens also es gab in der in der gab man in der münchner kaffeekette so eine coffee shop company und die hatten eine teebeutel marke und der teebeutel hieß revolution revolution und das gefiel mit menschlicher freiheitstrang zum aufgießen völlig toll es gibt glaube ich jetzt auch achs revolution großartig für die freiheit von körpergeruch oder was ist das dann wenn ihr mal beschreiben müsstet am anderen was eurer Meinung nach die sensibelste schönste eigenschaft des anderen ist was würdet ihr antworten darum habe ich dir schon mal gesagt dass du zu seltsamen tageszeitpunkten manchmal sehr seltsame fragen stellst du der unter versucht immer zeit rauszuschünden das finde ich immer sehr liebenswert an ihm wie war die frage ja genau das kinder wiederholen immer noch und fragst eins plus eins wie eins plus eins ist das liebeste die sensibelste seite die man die man mag ich mag am klaus dass er ein empathischer kerl ist und vor allem ist es bei mir ich sage es aus der perspektive des vaters es ist total hinreißend klaus als papa zu sehen also das ist was da passiert wenn seine tochter ins blickfeld gerät dann verändert sich da alles das ist wunderbar aber das gehört alles damit zum mit diesem menschlichen zusammenarbeiten zusammen also du kannst das geht nicht so auf dem raum zu hocken also für mich würde es nicht gehen ich bin so ein harmoniesüchtel ich könnte nicht ins büro gehen wenn ich wüsste der der am nebentisch sitzt kann mich nicht ausstehen und versucht also das ginge nicht insofern wir haben uns beschnuppert ja auch eine längere zeit bevor bevor man sich darauf einlässt also ich mag diese diese begeisterung die dann aber die so in diese und die diesen weichen kern den der der kerl hat und weil ich ihn auch erst mal auf der bühne sieht und viele menschen so wie können ist also und das ist das jetzt aber meine frau wurde auch schon gefragt wie können sie so einen arroganten anwalt den ganzen tag ist das nicht entsetzlich und sie hat auch gesagt ja aber ich muss dadurch ich glaube der ehrliche uthoff ist den sieht man manchmal auf der bühne aufblitzen also es gibt so einen moment nennen wir ihn glaube ich es gibt auch in so beziehungen diesen moment wo man sich in die augen guckt man hört irgendwas ein stichwort oder so man guckt sich in die augen und hat gerade dieselbe idee ja gibt es manchmal ja ja wir laufen ziemlich synchron zum teil also klacks und maus ja wir sind häufig es kommen leute auf mich gestern auch nach der vorstellung wollten zwei leute ein foto mit mir machen und einer kam auch nicht zu meinten klaus komm doch mal ein foto machen und so was verschwimmt dann auch überhaupt das sind so gesagt nackst du mir also bist du glaubst du es irgendwie ist durch noch schon wurscht ja ich will auch schon mit der fußgängerzone sagt klaus ich habe vorhin spd und grüne gesagt weil es eigentlich auch parteien sind die ich mir anders wünschte ich bin gar nicht auf die anderen eingegangen was ist angela angela ist eine kluge eine kluge verwalterin ihre eigenen interessen und derer die in die sie angestellt haben letztlich also und das sind tragischerweise nicht mehr wir sie hat beim dicken pfelser jahrelang zugeschaut wie man da macht strukturen erhält wie man wie man sich die richtigen leute wie man möglichst wenig sagt möglichst inhaltsfrei und wenn man entscheidungen trifft sie immer hintenrum macht und dann weiß man es kommt die nächste fußball-wm es kommt die nächste europameisterschaft die nächsten olympischen spiele und der grand prix d'eurovision und irgendjemand hat schnupfen ein prominenter und dann wird das volk schon sich irgendwie amüsieren das ist das dass das erschütternde ist dass sie rhetorisch so abgrundtief schmerzhaft miserabel ist und dass sie nicht bereit ist überhaupt etwas zu sagen bezüglich der strategie ausrichtung wenn sie denn weiß wo sie überhaupt hin will bevor er das deutsche arbeitgeber vorhand gesagt hat also es ist schon durch dieses politik der kleinen schritte das hat sie ja mal gesagt ich glaube das ist ja das ist zwar auch die ich wahrscheinlich ist das ist einfach ein sehr cleverer gedanke also man man macht keine großen bögen mehr weil man dafür angreifbar ist und macht tatsächlich sie macht trial and error also das ist wie so ein physikalisches experiment ich weiß ich was man selber an der stelle machen wird ich bin ja immer sehr hammer ich finde es so interessant dass leute allein der anblick ihres wahlplakats bei ihnen gute gefühle auslöst das finde ich schon deswegen ja glaube ich die partei eine wunderbar titanik wunderbar titanik war das komme ich noch hin ach so okay ich wollte nicht vorgreifen entschuldigen wenn das drehbuch hier es ging um dieses hundekatzenplakat das ja auch gesehen ja die titanik hat ein sehr schönes ein sehr schönes motiv gemacht ein kleiner hund und dann kuschelt sich eine noch kleinere katze dran und drüber nur geschrieben auch cdu das finde ich trifft es eigentlich relativ gut den ganzen wahlkampf der europa zum thema versteher wenn ihr merkel versteher wehret und ihr denkt euch mal jetzt in sie hinein was geht in dem kopf vor wenn wenn man wenn sie jetzt den namen farage le pen oder will das hört was meint ihr das ist eine gute frage die können die unerwünschte nebenwirkungen echt das ist für sie eine unerwünschte nebenwirkung das ist so ein so ein ausfransen am rand weil sie sich sozusagen um den rechtspopulismus zu wenig gekümmert hat die große die große strategie vor der europa wahl hat sich darum gekümmert und martin schulz da muss irgendwas anderes gewesen sein dieses aufspringen auf den auf den rechten rand noch mit aus deutschland für europa dass die berater die sagen zu dem zeitpunkt so jetzt jetzt müssen wir zumindest ja die hat so und so viel prozent nach der umfrage und dann sagt man dann kommt der spruch aufs plakat das ist in der bildzeitung und das ist das tragische daran dass das im grunde um letztlich einfach eine haltungslosigkeit ist das hat man hat kein politisches ziel mehr oder programmatik die man vertritt sondern man orientiert sich nach meinungsumfragen und wir in bayern haben ja nun einen herrscher der der das perfekter macht als jeder andere der überhaupt keine eigene meinung mehr hat also horst seehofer ist ein ein völlig meinungsfreier mensch der nur schaut was gibt die nächste umfrage her und was will das volk und dann ändert man hängt er seine fahne in den wind bei insofern ist sie immer sozusagen fast das was man immer fordert mehr volksabstimmung dadurch dass das ein politiker nur noch das macht was die mehrheit der umfrage das ist jetzt müssen wir anfangen die umfragen genau zu analysieren zu schauen wer wer sagt da was und aber im grunde um ist es wahnsinnig demokratisch ne ja es ist ja du musst du halt in die seehofer nur dazu bringen das war in bayern wir brauchen sowas wie bürger entscheiden gar nicht ja wir haben eine meinungsumfrage der seehofer ist der personifizierte bürger entscheider das ist doch mal schön ja es gibt einen jungen mann der ist willenloser sonneborn anhänger und die anstalt fan wie geht das zusammen und der wünscht sich der entweder können die nicht bei dem mitmachen oder kann der nicht bei dem mal auftreten oder sonst was was haltet ihr von martin sonneborn ich halte unabhängig davon dass dass es schwierig ist über kollegen im weitesten kreis überhaupt ein urteil vor der kamera abzugeben und vielleicht sollte man das tun aber ich sage das jetzt mal ich halte ihn für eine westensatirik wahrscheinlich einen der schlagfertigsten und schnellsten ich finde das begeistert dass auch die bären die beiträge für die heutige er macht jetzt nämlich bei titanic auch schon jahrelang einen hervorragenden job also die demaskierung der deutschen bank das ist jetzt also einfach so ein beispiel wo man sagt da trifft man etwas das 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 war so schön das war so so offenlegend das ist schon das sind schon momente wo ich mir denke verdammt also insofern wird man dann neidisch insofern ist sonneborn auch nicht so toll wir wollen das jetzt mal nicht so genau der wird ja auch überschätzt und jetzt mit dem europa das ist ja auch der mann wie viel kriegt man jetzt kriegt er jetzt geld er macht ja nur einen monat und tritt dann zurück kriegt er jetzt geld oder nicht darum geht es das wichtigste ausgerechnet 33.000 wenn er in einem monat zurück tritt und das machen dann 59 weitere parteimitglieder und wird das funktionieren ich bin gespannt ich möchte das auch begleiten das finde ich finde das sehr sehr spannend ich finde es auch eine schöne idee demokratie theoretisch spannend ja ja dieser typ der 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 fan der gesagt hat kann der martin sonnebörner mitmachen ich wie kommt er eigentlich auf so gäste ich war total überrascht bei der ersten folge ich kannte matthias egersdörfer nicht oh das ist natürlich und dann taucht er da auf und dann denke ich mir was will dieser franke da und so weiter und dann ist der so brillant immer wieder tauchen bei euch irgendwie handverlesene leute auf wer sucht die aus bei euch also das war schon eine weißbierlaune ne jetzt also die idee die idee ratias egersdörfer mit simone solger und nico semsroth zusammen zu packen hatten dietrich und ich vor längerer zeit klaus war zu dem zeitpunkt schwer krank hat aber auch gesagt ja machen wir es war also sagen wir mal so erstmal ist es nichts so besonderes weil die leute sind auf der kleine kleinkunstszene unterwegs also die die finden wir seit jahren brillant also die das ist jetzt nichts also wo man sagt wir hätten niemanden entdeckt das ist immer so sagen wir mal so dass jemand so was in der prominenten dann fernsehsendung auftritt ist ja wieder was anderes aber die sind schon jahrelang unterwegs jetzt nicht nico nicht jahrelang aber auch schon langsam das ist jetzt nichts wir kennen die schon lange das ist ein großer künstler der matthias und deswegen ist es nicht so unser credit zu sagen wir hätten die jetzt entdeckt das sind einfach tolle typen wo man sich selber aber denkt warum haben die nicht längst schon mal so was ein prominentes gemacht gut der matthias die also ziel der sendung ist es leute einzuladen die spaß haben auch ein bisschen mitzuarbeiten weil wir eben das ein bisschen mehr in den ensemble charakter schieben wir versuchen sozusagen die leute einzubinden und nicht solo an solo zu stellen was auch eine möglichkeit sein kann eine gute sendung zu machen aber bei uns hatten wir eben einfach das bedürfnis den leuten mit reinzuholen und wie bei der sendung gestern zum beispiel der matthias mit seinem fantastischen fifa funktionär also einfach sie mal auch anders zu zeigen oder wie der monika in der monika eine andere farbe zu zeigen und das man sieht finde ich also ich glaube dass zumindest dass es manchmal bei dem thema eine andere dynamik gibt wenn es drei vier leute behandeln in einem sketch oder in einer szene als wenn man das ein als eine person monologisiert über ein solo und das ist das was 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 dann auch ein bisschen tempo und dichte gibt für mich das ist jetzt nur unsere also für uns ist unser stil und und das was wir machen wollen und dann ist eben die frage wer möchte mitspielen passt der rein gibt es eine haltung wo wir sagen das ist das ist toll und und deswegen ist das bedingung haltung ganz ehrlich war also das heißt es ist ich bin es muss es muss nicht in der haltung sein dass einer kommt und sagt hallo ich bin stramme linker genosse nimmt mich in die sendung das darum geht es gar nicht hat man was zu sagen wie drückt man es aus und es sollte dann schon mal manchmal ein kritischer gedanke aufblitzen das wäre ganz hübsch glaube ich und dann geht es nur noch darum kann man sich vorstellen dass das eine schöne situation gibt mit der person die einzubinden und wir werden auch leute einladen die man so eine sendung nicht vermutet mal abgesehen von abgesehen von norbert blüm aber wir werden auch aus uns uns aus dieser klassischen comedy szene leute holen und die dann einfach mal versuchen gegen strich zu bürsten sobald die sagen ich habe lust drauf ja lass mich ich mache damit weil weil ich finde es auch also ich die amerikanische stand-up comedy begriff einfach alles umfasst du kannst also wie gesagt von penis witzen bis der kritische satire einfach da alles machen und musste ich nicht entscheiden also aber wie gesagt wir werden wir spüren da ist was egal was ist was es ist dann wünschen wir uns den ich habe so gute freunde alt 68er und die schweren mir immer so vor die sagen wir hatten unsere liedermacher wo sind die liedermacher eurer generation ich bin ja davon überzeugt dass wir in unserer generation kabarettisten haben nicht liedermacher seht ihr das ähnlich vielleicht ist das fernsehen auf weil du hast quotenverläufe im sekundentakt so weit mir das vorliegt das kann ich auch schön ausdrücken das wird analysiert und dann haben wir liedermacher aber davon kannst du dir ja nichts anscheinend wirklich so dass musik und komik bei den leuten eine mischung zu sein scheint ich verstehe ich kann das nicht ganz nachvollziehen aber da steht irgendwas sozusagen das fernsehen reagiert dann ein bisschen allergisch sagen wir so wir werden uns auch leute reinholen die musik machen aber aber es ist komisch an die liedermacher konstantin wecker ja ich komme ja also ich habe aber wir haben gehört früher und dann fredel feselke die die harmlosere variante sogar das ist das bayerische das war für mich schon schon so ein einstieg in das in das ganze eigentlich das ist tatsächlich aber es gibt natürlich bei uns jüngeren liedermacher mit marco zschirpke oder bodo wartke sebastian kremer tolle leute die fantastische sachen machen die vielleicht eben nicht fernsehkompatibel genug sind dass das in der breiten masse dann zugänglich gemacht werden aber da gibt es auch fantastische leute insofern es war tatsächlich damals die liedermacher zeit ich kann mich auch erinnern das war so eine protestkultur aber die gab es eigentlich auch neben dem kabarett ich glaube da sind zwei schienen nebeneinander nur vielleicht war es ein einfluss des fernsehens oder dass die liedermacher ein bisschen in den hintergrund gerückt sind ich weiß nicht ein mann mit einer gitarre das ist im moment selten das bild ist nicht mehr so es ist ein mann mit einem klavier das geht noch aber ja ich weiß auch nicht woran es liegt aber wir sollten mal eine liedermacher-sendung machen eine reine liedermacher-sendung das wäre auch spannend und reinhard mei noch einladen also früher also da gibt es ganz also ja gut zum schluss nenne ich immer drei begriffe bitte um kurzassoziation wie er das wort kurz betont hat hast du es gemeint kurz ja ich glaube er hat dich schon geschaut Joachim Gauck Bankenversteher, NATO-Versteher und also da müssen wir eine eigene sendung machen also es ist wirklich interessant und wie heißt das buch Gauck von Albrecht Müller der falsche Präsident ja ja gut das hätte er öfter schreiben können Albrecht Müller von den Nachdenkseiten ja Albrecht Müller von den Nachdenkseiten der falsche Präsident der titel hätte jetzt und da trifft er jetzt nicht nur auf Herrn Gauck aber da hätte er in Serien gehen können Gauck ist für mich persönlich unangenehm ich mag seine Definition von Freiheit die immer nur ökonomisch begründet ist nicht und ich finde dieses pastorale Besserwissen gegenüber manchen Ländern und auch das Auftreten Wärt ihr eine Meinung dass wir Wulf hätten lieber behalten sollen? Ach ganz ehrlich ganz ehrlich das ist ein Bundespräsident das ist ein Grüßkasperl und das finde ich auch okay und wenn er was sagt dann sollte es rhetorisch gut sein es sollte auch übrigens das ist vielleicht auch eine Haltung transportieren auch wenn die mir nicht gefällt macht Gauck in dem Fall auch tatsächlich mehr als Wulf also muss ich sie mit ihm auseinandersetzen das ist zumindest er hat das schon eine Haltung da gibt es ja auch klar zu erkennen jetzt auch übrigens deutlicher da ist was passiert Anfang dieses Jahres ist er doch deutlich mehr zeigt er doch mehr seine klare Kante aber er war auch involviert in diese Änderung also mit der Sicherheitspolitik da hat er einen Aufschlag mit gegeben mit dieser Rede auf der Sicherheitskonferenz zweiter Begriff kürzere Assoziation es gibt so viel zu sagen das ist so weißt du wenn du einen Begriff hast so 10.000 Einwände für dich selbst aber da seid ihr schon noch Firmen Sepp Blatter wer ist das eigentlich nochmal? Sepp Blatter Sepp Blatter Assoziation ich glaube Sepp Blatter an Sepp Blatters Lebenslauf wird man wird man sozusagen die Perfektion der Korruption irgendwann mal an Universitäten lehren können so ein neoliberales Machiavelli ja also ein so wie man Kontrollen umgeht wie man Machtstrukturen baut wie man sich die richtigen Leute kauft wie man dann und wie man am Schluss versucht sozusagen als der große Reiniger zu erscheinen und sich selbst auch so pastoral überwöhlt also selbst man und Kritik nur noch empfindet als das Aufjaulen der Ungläubigen weil er sieht sich ja als den Fußball und das ist hochinteressant dieser Satz schaut privat am liebsten Tennis und macht mich nicht kaputt weil dann macht ihr den Fußball kaputt das ist eine interessante Persönlichkeit an dem auch sehr wenig hängen geblieben ist das sag ich das wird gelehrt werden also wenn es um Machtstrukturen geht dann musst du Sepp Blatter analysieren Dritter Begriff sind zwei Begriffe hier haben wir Störenfried Stefan Hanitsch Störsender TV Schrägstrich alternative Medien sehr wichtig wird immer wichtiger wir merken gerade dass diese traditionellen Medien ein ganz großes Problem haben auch mit ihren Lesern jetzt einfach weil die Leser sich nicht mehr wiederfinden also dass man sagt man hat ein offenes Blatt in dem 50-50 die Meinungen verteilt sind und dann jeder kann sich was rausnehmen es scheint in irgendeiner Form zu bröckeln Leute suchen sich jetzt immer dezidierter Informationen also Leserblattbindung also es gibt immer noch so ein paar Abonnenten die vergessen haben abzubestellen aber die Leserblattbindung schwindet meines Erachtens und man sucht sich quer durch die verschiedensten Medien ein Bild zusammen und deswegen ist dieses alternative Medien jetzt gerade mit sagt die Namen die gerade starten mit Herrn Krautreporter oder so Geschichten Crowdfunding ich glaube das wird mehr werden und das ist wichtig und das ist wir merken wie wichtig das ist eine Form von Unabhängigkeit sich zu bewahren und davon brauchen wir ganz viele verschiedene schöne Inseln Vielen lieben Dank für dieses Gespräch und ich hoffe und denke wir sehen uns schon bald wieder Dankeschön Danke auch Euch Das war Tom Aslan in der Anstalt Holt mit Du musst ein bisschen lauter reden Nimm einen Applaus 150. Sendung Nimm einen Applaus Yeah Das schaffst Du Das nächste Mal nicht in Bayern im Nachbarbundesland Franken in Fürth mit Sissi Berlinger und Matthias Egersdörfer Großartig Bis zum nächsten Mal Danke